Nein, hier ist hier die Tür offen Hier wird's auf jeden Fall schon mal überall ein gescheit Gas hier einbaut so dass man eigentlich schlecht einbaut, ohne Gas irgendwo zu aktivieren Scheiß drauf, ob die jetzt nicht mehr in der Rope kommen oder nicht, Alter Ich bin jetzt auch hier drin Sollen sie doch Ich glaube nicht, dass die das machen Die haben da hinten eine relativ gute Position Wir haben halt Feinde überall um uns rum Das ist das gefährliche, weißt? Ich hab kein gescheites Visier nicht Schau nicht, null Und das bei einer Flatline nicht, hochbar Ich hab das nicht gefunden, irgendwie Das ganze Spur über Diese Kehrpakete werden wahrscheinlich das Delta zu unseren Gunsten verschieben Hier draußen ist schwere Muni, gell? Ehrlich? Ja, gleich vor dem Fenster Danke, genau das hab ich gebraucht Eine Variable ein Die Fall ist aufgestellt Daten folgen in Kürze Jetzt haben wir auch mitten im Raum ein Giftgas drin Also wenn jetzt einer einer marschiert Müsst ihr da mehr oder weniger auch hier drin Giftgas auslesen sodass Ordentlich Eilgas ist hier drin Okay Uh, wir sind im Kreis Ja Wir befinden uns im nächsten Ring Wir befinden uns im nächsten Ring Darf ein Feinde 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 Mach zu Geh unter Beschuss Gehen wir hier entlang Hast du noch kleine Heildinger? Warte Ja Kannst du mir mal zwei Hilfe einfach Hier ist deine Spritze Na Ich mein Schilddinger Entschuldige So Weil du Heildinger gesagt hast Danke Schilde laden sich wieder auf Was ist das? Was ist das? Was ist das? He He Jetzt braun ihn Lade nach Ja Komm doch mal Lade Schilder auf Lade Schilder auf Jetzt ist er eher ungünstig wegzumge Ja 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 da draußen Die haben voll im Fight Ich schmeiß die in die Handgranaten rüber Werfe später Granate 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 Hallo wie viel hast du Wie hübelst die Kills gemacht? Aber sie müssen die Kills Wollen wir pushen oder was? Ja push mal Alles klar Nimm mit diesen Weg Nimm mit diesen Weg 120 Damage Schweren Munition? Ne Echt? Ja Ja Wir sind schon im Ring Gegner in der Nähe Kontakt mit Gegner Gleich 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 mal mich heilen Ja ja Chill 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 Gerne Kontakt Da ist noch einer Da ist noch einer Da sind zwei Da ist noch einer Nein Alter wie geil Das ist jetzt grad Wie du beim Helden bist Eine Variable weniger zu durchsichtig Ich gönne meinen Schirmen eine Aufladung Du hast Glück dass wir im selben Team sind Ich repariere mich selbst Bei mir bei mir Freunde Ich bin doch eh Ohhhh Bleib mal heilen Du denkst immer ein goldes Schild Das ist die dritte Runde, das ist die dritte Runde. Sehr gut, Thomas, aber dein Spiel war ja so perfekt.